Guten Tag, willkommen zur Sendung Nachrichten der Schule. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einem Thema, das sehr ernst, aber dennoch Vergangenheit ist. Dem Schulbrand im Oktober 1981. Buenos días, chicos y chicas. Esta es una noticia del CREA La Sierra que tenemos preparadas para hoy. Biblioteca donada por el Centro Segovia en Madrid. Agradecimientos a los compañeros, a la hora de salir, robos en la clase, a la hora de irse. Hallo, mein Name ist Tristan Boehm. Ich werde euch auf die Schule Pantomime, die durch die PTA wurde organisiert und die Geschichte geschrieben wurde von Heather Dooner. Gehend oktober, aber childcare. Ich werde euch auf der Kuchen. Ich werde euch auf der Kuchen und die Geschichte geschrieben wurde von programa verteilt die若itute momisch. Hallo, meine Name ist Tristan Boehm. Ich werde euch auf der Kuchen estava vor, wie ihr wollt, und ich werde euch auf die Schule우 beteiligen. Ich werde euch auf die Schule w Events zu kommen. Ich werde euch auf die Schule gehen. Wirants Küche machen wir, wenn euch auf die Schule. ann startet die, die leodzi? Chanier! Ich werde euch auf sie sehen. Ich werde euch auf sieene, uns soll. Ich werde euch auf die Schule.